Ein Volkswagen Golf steht hier zum Verkauf. Die schwarze Limousine ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 137.000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2012. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Einparkhilfe, Partikelfilter und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 170 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017